Video. Ja, okay Jungs. Ich würde sagen, ich rassiere euch. Ich würde sagen, ich stelle mir mal hier direkt um. Euren Stürmer trägt die Nummerzahl, äh, trägt die Zahl 1. 1 im Sturm, okay. Ach, ich sag dir, es ist eh dieser Timmy 5G oder so. Stürmer sind, ähm, 11. Die Nummer. 11 und was nimmst du? 1. 11 und 1, okay. Okay, okay, ja, hab verstanden. Okay, dann sagst du jetzt 3 Z-O-M von uns. Also, einmal ins linken Z-O-M kommt die Nummer 3, klar. Ich denke mal, da habt ihr auch ein Z-O-M stehen. Dann in die Mitte, ins mittlere Z-O-M stellt ihr die Nummer 8. Und ins rechte Z-O-M die 11. Habt ihr? Ja, haben wir. Okay, dann dürfte bei mir jetzt die beiden Z-O-M. Den Z-O-M nehmen wir mal. Ja, egal, gut. Dann machen wir jetzt dein Z-O-M. Nämlich nehmen wir die Nummer 7. Die 7? Okay, damit könntest du auch der unsere zwei Sechser sagen. Okay, okay, die 7 in Sturm, äh, in Z-O-M. Ja, äh, als Zentral-Defensiven-Spieler habt ihr einmal die Nummer 6. Habt ihr einmal hier rein, bitte. Habt ihr? Äh, ja. Dann dürfte bei mir jetzt die beiden Z-O-M. Äh, warte, wir haben noch einen 6, wir haben noch einen Sechser. Ihr habt drei Sechser. Nein, zwei Sechser. Ja, ich hab 6 und 7 gesagt. Auch und 7. Bei Z-M's. Bei Z-M's, okay. Ja. 3 und 12. 3 und 12? Ja. Okay. Ja. Hab ich. Dann packt ihr mal auf die Rechtsverteidiger-Position die 2. Die 2 Rechtsverteidiger? Okay. Ja, als Rechtsverteidiger. Und als Linksverteidiger die 4. Die 4 Linksverteidiger, okay. Ja. Okay, ähm. Dann, äh, bei dir sind jetzt schon die, äh, ist ein Z-M dran, ne? Ja. Ähm, bei mir ist ein Z-M dran, ja. Ja, wir sagen auch direkt die Außenverteidiger, okay, weil dann, weil wir haben nur noch Inverteidigungen. Okay. In Z-M kommt die Nummer 2. Und in die linken Verteidigung kommt die Nummer 8 und rechts die Nummer 10. So. Warte, was kommt Linksverteidiger, die 8? Linksverteidiger 8 und Rechtsverteidiger die 10. Richtig gehört. Okay. Ja. Hab ich. Okay, jetzt kannst du unsere Inverteidiger und Torwart sagen. Inverteidiger, die 9. Ja. Der zweite Inverteidiger mit der 10. Okay. So, welche Zahlen haben wir denn jetzt noch? 12 und 5, ne? Ins Tor pack dir bitte die 5. 5, okay. Okay, ähm, bei dir ist noch übrig, ähm, IV, IV und Torwart, ne? Ja. Ganz knackig, ähm, 4, 5 und 6. Also Torwart 6. Torwart 6? Ja. Ja. Kannst du? Wir haben, hatte. Ähm, IV, du? Ich hab 2. Ah, okay. 2 und 4. Wer ist bei euch draußen geblieben? Roman Joli, bei dir? Timmy, äh. Nein. Ist er draußen geblieben? Ja. Ja. Timmy ist draußen geblieben. Timmy ist draußen geblieben. Heißt, 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 mein Gott, 9. Ja, äh, ja. Ja, zweimal darfst du hier irgendjemand tauschen, also 2 tauschen. Ja. Weil ich hab schon mal eingetauscht. Okay, dann tauschen noch ein 2. Wir haben 2 getauscht. Ja, ich hab jetzt getauscht, ja. Hab ich. Oh, Bruder. Okay. Ich würd sagen, dann führ ich mal die Auswechste bangen. Oh, okay. Es ist schon mal gut zu wissen, dass, äh, Timmy viel... Oder wie doch mal es... Wir haben voll... Es ist voll gut, was wir haben. Wie viel Chemie hast du? 58. 180. Scheiße. Oh mein Gott. Okay, Jungs, dann würd ich sagen. Sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Okay, Leute. Wir fern jetzt zu seinem Nix-Team. Digga, wen hast du da am linken... Wen hast du da am linken Sturm? Oh, Digga. Und schuss, Timmy für Uli. Boom, Dunge. Was fühl ich das ab, hä? Oh, komm ihr Bruder. Bronze. Oh. Ja. Nein. TV-room. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, der ist krass. Oh, Mann. Ah ja. Was? Ja, Bruder. Was ist das? Hey, Bruder, was machen die da? Mann. Mann. Bernie hat abgefangen, Bernie. Nein, Bernie. Er ist ein Bruder, Bernie. Komm, ein Tor muss noch gehen, Alter. Ein Tor, Jungs, komm. Oder, äh. Ein... Ja. Oder, Bernie. Oh, der Ecke. Komm, neunzigste Fußzeige noch. Ah. Was? Was? Ne, Nachspielzeit habe ich keinen Bock auf dem Tor. Nachspielzeit habe ich echt keinen Bock auf dem Tor. Du meinst, es geht noch? Nein, nein, nein. Komm, geh weg. Ja. Nein. Ach, das ist mein Nachspiel. Oh, Mann. Okay, Jungs. Oh, Mann. darf ich mal abstoßen wieder. Den... Linken ZM? Hä? Linker ZM. Ja. 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 Ich, ähm... Atta. Den... Linksverteidiger. Keeper. Ja. Keeper. Ja. Ja. Keeper. Ja. Keeper. Ja. Und? Keine Ahnung, irgendwer von Celtic. Ja. Und weil es dem Spiel nicht genügt, darf ich jetzt noch meinen roten Arangis abstoßen. Wen? Doch. Nein. Nicht Arangis. Linker Stürmer. Arangis. Das tut mir leid, aber du bist nicht so wie kann ich wieder hochkommt, ziehst dann was Besseres. Er ist weg. Oh, Bruder, für das Spiel habe ich es eigentlich nicht verdient. Ja. Okay, Jungs, da würde ich sagen, ähm, Basis mit diesem Video, wir hoffen nicht, du verkraftest deine Discards wenigstens nicht Mertens, Wurschtad Mertens, Rechter Sturm. Ja. Nein, Rechter Sturm hast gewusst, Mann, nein. Nein, Rechter Sturm, ja. Oh. Okay, Jungs, okay. Also, würde ich sagen, war es mit dem Video, lasst gerne positive Bewertung da, Abo, Shoutout auch nicht, ich würde sagen, das war es mit dem Video, wir sagen Tschau, Leute.